Ich erlebe immer wieder, dass ein Hauptfaktor, warum viele Verkäuferinnen und Verkäufer nicht erfolgreich sind, ein typisches Merkmal ist. Und bevor du Gefahr läufst, dass es bei dir genauso ist wie bei vielen unserer Kunden, bevor sie zu uns kommen, möchte ich dir zeigen, was du tun musst oder wer du am besten sein solltest, ohne dich dabei zu verstellen oder welche Eigenschaften du mitbringen solltest, damit du auch maximal erfolgreich bist. Und dazu habe ich die vier Verkäufertypen ins Leben gerufen und genau diese vier Verkäufertypen möchte ich dir jetzt einmal vorstellen, damit du siehst, welcher davon bist du jetzt und welcher davon solltest du zukünftig sein. Auf Stufe 1, das sind die Unwissenden. Das bedeutet, das sind Verkäufer oder Verkäuferinnen, die nicht wissen, wie Verkaufen funktioniert, wie die Psychologie dahinter geht, die keine Ahnung von Kommunikation haben, die rutschen da einfach so rein, sind auf einmal Verkäufer. Vielleicht irgendwo im Laden angefangen, einen Job gesucht, im Callcenter begonnen, was auch immer. Und ja, die wissen eigentlich noch überhaupt gar nichts vom Verkaufen. Und auf Stufe 2 haben wir die sogenannten Waiter. Da gibt es zweierlei von, einmal den Aggressive und einmal den Progressive Waiter. Was sind Waiter? Waiter sind Verkäufertypen, die, musst du dir so vorstellen, ihren Laden aufschließen und sagen, ist geöffnet und dann warten sie, bis Kunden reinkommen, bis irgendein Kunde sie auf irgendwas anspricht. Du kennst das wahrscheinlich, wenn du in der Stadt unterwegs bist und Klamotten kaufen gehst oder was auch immer. Dann kann es dir passieren, dass du in einen Laden gehst und denkst, Hm, eigentlich bräuchte ich jetzt mal irgendwie einen Verkäufer oder eine Verkäuferin und da ist keiner. Oder die stehen irgendwo hinten in der Ecke und unterhalten sich. So drei, vier Mann, so ein kleines Grüppchen und quatschen miteinander, kümmern sich aber nicht um die Kunden. Das sind sogenannte Waiter. Die warten nur darauf, bis sie angesprochen werden. Waiter findest du auch in Restaurants. Wenn du zum Beispiel irgendwo essen gehst, schön, mit deiner Freundin oder mit deinem Freund und möchtest gerne noch irgendwas bestellen, was zu trinken, was zu essen, was auch immer. Und dann gibt es Restaurants, da arbeiten Menschen, da denkst du, was machen die eigentlich hier? Warum muss ich denn da dauernd rufen? Die sind so wenig aufmerksam und die kommen erst dann, wenn du dich bemerkbar machst. Das sind sogenannte Waiter. Also die warten wirklich nur darauf, dass Kunden mit einem Auftrag drohen. Und ich hatte ja gesagt, es gibt zwei davon. Der Aggressive Waiter, der gibt auch noch anderen Menschen die Schuld, wenn er nicht verkauft hat. Das ist zum Beispiel so ein Verkäufer, der sagt, heute sind alle Kunden doof. Ja, oder heute war nicht viel los hier im Laden. Wie soll ich denn da an irgendwas verkaufen? Also an wen soll ich denn verkaufen, wenn hier keiner ist? Das sind sogenannte Aggressive Waiter. Und die Progressive Waiter, das sind Verkäufertypen, die gemerkt haben, dass es nicht ausreicht, wenn man wartet, sondern wenn man vielleicht eine Stufe höher geht. Und dann sind wir bei den Proaktiven. Und proaktive Verkäufer, die gehen auf andere zu, die gehen auf Kunden zu, die nehmen ihren Kunden an die Hand, die schauen, okay, wo ist hier Geschäft? Die sprechen andere Leute an. Oder wenn du zum Beispiel im Coaching-Bereich tätig bist, dann machen sie auch Akquise. Und in meiner Anfangsphase als Coach möchte ich dir sagen, dass ich auch ein Waiter war. Ganz am Anfang war ich Waiter. Ich habe wirklich gedacht, es reicht aus, wenn ich da eine Webseite mir online stelle und wenn ich dann einfach ein paar Leuten davon erzähle, was ich mache. Und dann kommen Kunden auf mich zu. Ich sage dir ganz ehrlich eins, der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg, der ist genau an dieser Stelle. Wenn du wartest, dass Menschen auf dich zukommen, wenn du nur das tust, du schließt deinen Laden auf und wartest, bis Leute in deinen Laden reinkommen, bildlich gesprochen, wenn du keinen Laden hast, dann ist das der Anfang von Misserfolg. Wenn du aber proaktiv wirst und erkannt hast, dass du nicht anderen Menschen die Schuld geben solltest, weil wenn da keiner kommt, das mag funktionieren, wenn du einen Laden in der Fußgängerzone hast, der hochfrequentiert ist, dann verirrt sich mal der eine oder andere in deinen Laden. Aber es reicht nicht aus, wenn du ein gutes Produkt oder eine tolle Dienstleistung hast und dann einfach da rumsitzt und wartest, bis irgendeiner kommt und was kaufen will bei dir. Das reicht einfach heute nicht mehr. Dazu gibt es viel zu viele andere, die vielleicht im ähnlichen Bereich unterwegs sind. Und deswegen musst du immer proaktiv auf andere Kunden zugehen. Und je nachdem, was du für ein Business hast, wenn du jetzt im Coaching-Bereich tätig bist, wenn du eine Dienstleistung verkaufst oder wenn du vielleicht irgendwo in einer Firma angestellt bist, es macht keinen Unterschied, du brauchst eine bestimmte Anzahl an Kundenkontakten, damit du am Ende des Tages Geld verdienst. Und dann kann es auch durchaus sein, dass du vielleicht einmal den Hörer in die Hand nehmen musst und ein paar Leute anrufen musst. Das kann sein. Oder aber, dass wenn du im Inbauen zum Beispiel in der Telefonhotline arbeitest, dass genug Menschen bei dir anrufen. Das wäre so ein klassischer Waiter. Der sitzt im Inbauen und wartet, dass Kunden anrufen. Nur dann brauchst du auch diese Kunden, die dich anrufen. Ansonsten geht dein Geschäftsmodell nicht auf. Ansonsten verdienst du am Ende des Tages kein Geld. Das bedeutet, du musst dir ausrechnen, wie viele Kundenkontakte brauche ich pro Tag und dann musst du diese Kunden angehen. Ganz einfach. Proaktiv sein. Geh auf andere Menschen zu. Wenn du unterwegs bist, wenn du selbstständig bist, erst recht, dann macht es überhaupt keinen Sinn zu warten. Weil ansonsten wartest du so lange, bis du kein Geld mehr hast und dann bist du irgendwann pleite als Selbstständiger oder als Dienstleister. Und das sollte nicht passieren. Und man könnte quasi sagen, die Proaktiven, das sind schon die Top-Verkäufer. Warum? Weil sie aktiv auf andere Menschen zugehen und dann auch mehr Abschlüsse machen als die anderen. Sie haben erkannt, ich muss etwas tun. Ich kann nicht nur rumsitzen und warten, bis mich jemand anspricht, sondern ich muss rausgehen und muss dann mir meine Kunden auch suchen. Das sind die Top-Verkäufer. Wenn ich ein Coaching mache, so wie dieses hier heute, dann ist es nicht mein Ziel, auch wenn diese 7-Tage-Challenge so heißt, dich zum Top-Verkäufer zu machen, sondern ich ziele eine Stufe höher. Und das sind die sogenannten Experten. Und Expertinnen und Experten, die zeigen anderen Menschen, wie das funktioniert. Wie man zum Beispiel verkaufen lernt, wie man zum Beispiel Meditation macht, wie man zum Beispiel Fitness-Training macht, wie man abnimmt und so weiter und so fort. Das sind die Experten. Und mein Ziel ist es immer, wenn ich heute mit dir hier dieses Video-Training mache, dass du kein Top-Verkäufer wirst, sondern dass du irgendwann mal das machst, was ich heute mit dir mache. Das heißt, das Wissen an andere weitergeben. Aber wenn ich mein Ziel verfehle und du kein Experte oder keine Expertin wirst, dann wirst du immer noch ein Top-Verkäufer oder eine Top-Verkäuferin. Und dann sind wir am Ende des Tages doch auch happy, weil du dein Ziel erreichst, mehr Umsatz machst, deine Kunden glücklich machst. Und genau das sollte auch dein Anspruch ja sein, sonst wärst du ja nicht hier. Also fassen wir nochmal zusammen. Es gibt vier Stufen. Den Unwissenden, den Waiter, der nur auf Kunden wartet. Dann gibt es die schlimmere Version davon, den Aggressive Waiter, der anderen noch die Schuld gibt, wenn kein Kunde kauft. Und die Progressive Waiter, die schon erkannt haben, okay, ich muss ein bisschen was ändern. Ich muss die nächste Stufe erreichen, nämlich proaktiv werden und auf Kunden zugehen. Oder aber, wenn du vielleicht sogar einmal Experte werden möchtest, dann ist das ein sehr, sehr schönes Ziel. Denn für mich gibt es nichts Schöneres, als anderen Menschen meine Expertise zu zeigen und andere Menschen auch dazu befähigen, ein freies, selbstbestimmtes Leben zu leben. Und dann multipliziert sich gutes Wissen. Und deswegen möchte ich gerne, dass du irgendwann mal auch da oben landest, wenn du nicht schon auf dem Weg dorthin bist und wenn ich dir dabei helfen kann, dann freut mich das natürlich. Bis dahin, alles Gute, dein Uwe.